Wenn die Anprobe mal wieder etwas länger dauert. Schienenstockhand, Tief- und Brustschutz, Helm. Alles eminent wichtig heute bei einer besonderen, ungewohnten Keeper-Einheit. Die Torhüter der TSG auf einem Ausflug ins Hockey-Tor unter Anleitung von Nationaltorwart Andreas Speck und dessen Trainer Eike Voss. Ja, sauheiß erstmal in den Klamotten. Es warnt sich viel an. Es ist total ungewohnt. Richtige Handschuhe hast du auch nicht. Links eine Bratpfanne, rechts nichts Richtiges auf jeden Fall. Es macht aber Spaß. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ähnlich sind auf jeden Fall. Aber auch vieles ist total anders. Aber mal sehr interessant zu sehen. Parallelen sind da. Klar, Tor ein bisschen kleiner, weil auch dafür härter und schneller. Trotzdem im Grunde doch alles artverwandt. Das Ziel ist und bleibt das Gleiche. Also ich glaube, die Entscheidungsproblematiken, die es im Hockey gibt, gibt es im Fußball auch. Also Nahbälle, Fuß, Weitebälle, Handschuhe. Das gibt es bei uns auch. Und ich glaube, da kann man schon fachübergreifend sich austauschen. Und es sind im Prinzip dieselben Probleme. Zustande kommt die Einheit für die erste deutsche Hockey-Dokumentation, Ecke Schuss Gold. Ein Film, bei dem die deutschen Nationalteams der Herren und Frauen auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen im Sommer 2016 begleitet werden. Andreas Speck führt es auf den Weg nach Brasilien, eben auch nach Zutzenhausen. Für Baumann, Gral und Stolz geht es darum, mal über den Tellerrand zu schauen. Horizonterweiterung in voller Montur. Also die Jungs haben sich super angestellt. Ich habe es vorhin schon mal auch den Jungs gesagt. Also die haben ein unheimliches Bewegungstalent, sehr gut koordinative Ausbildung. Und diese Ausbildung führt einfach dazu, dass dann mit ein bisschen Anweisung, das sehr, sehr schnell funktioniert, dass sie erfolgreich auch was ganz anderes umsetzen können, was sie vorher noch nie gemacht haben. Und das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Also man sieht, Teute haben generell eine ganz gute Hand-Augen-Koordination. Und das haben die Jungs auch. Und richtig, richtig gut gemacht. Wir haben uns schon überlegt, ob wir nicht noch ein paar Hockey-Spielerpässe organisieren, damit die Jungs zur Not bei uns noch mal einsteigen können. Wer weiß, wenn es dem einen oder anderen im Fußballtor zu langweilig werden sollte. Eine erste Erfahrung war es in jedem Fall ein neuer Reiz. Und vielleicht ja auch das ein oder andere, was man adaptieren, was man sich abschauen kann. Bestimmt ein paar Sachen, auch Ähnlichkeiten, wie man dann mit dem Fuß agiert. Nur, dass man mit dem Fuß eher nach vorne bzw. den Fuß nicht auf die breite Seite stellt. Ein paar Kleinigkeiten, aber kann man noch einiges mitnehmen. Ja, grundsätzlich haben wir auch schon häufiger jetzt heute drüber gesprochen. Es sind gerade so die Bereiche aus der kurzen Distanz. Das ist im Hockey sehr, sehr wichtig. Was wir eben auch im Hockey haben, wir dürfen den Ball nicht festhalten. Bei uns ist immer wichtig zu überlegen, was mache ich, nachdem ich den Ball gehalten habe. Den ersten Ball. Es gibt eigentlich immer einen Anschlussball. Und diesen Ball dann auch zu klären, das ist sicherlich eine Anforderung, die auch ein Fußballtorhüter immer mal wieder brauchen kann. Wie schon gesagt, über den Tellerrand schauen auch für Andreas Speck der Hockey-Nationaltorwart im Futbonauten. Ungewohnt für den, der normalerweise mit Beinschienen, Brustschutz und Helm im Nationaltrikot nach den kleinen Bällen hechtet.